Ich bin ausgebildeter Wirtschaftspädagoge und habe mich lange damit beschäftigt, wie unterrichtet man gut. Das war immer die zentrale Frage von der Körpersprache her, von den Folien, Gestaltung und dergleichen. Und bei den Studierenden, und ich verantworte im Jahr über 2000 Studierende an der WU, habe ich mir immer gefragt, wie erreiche ich, dass die gut lernen, dass die gute Prüfungen schreiben. Und ich kann mich noch so bemühen, ich glaube, die Fragestellung ist umzudrehen. Nicht, wie unterrichte ich gut, sondern die Studierende soll im Mittelpunkt stehen. Das heißt, welche Aktivitäten sollte ich machen, damit die Studierenden lernen? Das ist die Grundfrage meines Lehrkonzepts. Das größte Potenzial liegt sicher darin, die Studierenden zu aktivieren. Und das ist die Grundaussage. Wenn sich die Studierenden aktiv mit den Lehrinhalten auseinandersetzen, dann werden sie Wissen aneignen und das heißt aber auch gute Prüfungen schreiben. Und hier geht es um Erfolgserlebnisse. Das heißt, wenn die Studierenden eine gute Prüfung haben, sie können erhobenen Hauptes nach Hause gehen und werden dann auch die Uni mit einem guten Abschluss verlassen. Und ich glaube, um das soll es uns allen gehen. Das ist eine sehr interessante Frage, warum eine Belohnung notwendig ist. Ich würde sagen, per se, eine Belohnung ist schlecht. Sie verdrängt Motivation. Die sehen wir an Schulen, die sehen wir an Universitäten und die sehen wir leider auch in Unternehmen. Aber ich brauche Belohnung oder kleine Anreize, um Studierende zu aktivieren. Und das ist der große Punkt und das ist ein großer Unterschied. Das heißt, nicht belohnen, sondern anstupsen, ganz leicht natschen und dann kann Motivation entstehen. Und ich habe das auch in den Experimenten nachweisen können, wie Motivation entsteht. Und das ist schon eine ganz große Geschichte und zwar der sogenannte Crowding in Effekt.